Servus Leute, heute gibt's schon wieder ein Lighthouse Raid. Ich war am Questen, um den Lightkeeper freizuschalten und eine der letzten Quests dafür, um dann auf die Insel zu kommen, ist Getting Acquainted. Man muss den Flashstripe suchen und der hat 20 Spawns auf Lighthouse und ja, die hab ich abgeklappert. Und es gab auch noch einige PMCs, panette Sniper Shots und ein durchaus langer Raid, aber sehr unterhaltsamer Raid. Da war ein Spannungsbogen gegeben. Ich will's euch nicht zu viel spoilern, schaut's euch an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider. Wenn ihr mich vorne mal vorbeischaut, Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Auf geht's. Jawohl. Ja, bombastischer Spawn dafür. Das ist ja ein bombastischer Spawn, ey. Aber schnell rüber hier. Schlechter hätten wir es nicht treffen können. Oh boy. Der Strolch. Wir sind auf jeden Fall nicht zusammen, so viel ist sicher. Was, wir lassen die einfach stehen. Hey, Snowman. Wir haben ein bisschen Deckung wieder am Nebel, das ist ganz okay. Einmal kurz stehen geblieben, das war's. Oh boy. Deck mich doch, Mann. Oh boy. Er hat mich echt gesehen, ey. Äh, der geht eigentlich wieder, Snowman. Uff. Diese Map ist einfach ein Traum. Äh, Spawn war auch ein Traum, ey. Ich sag's euch. Richtig geil. Besonders, ne? Einmal, wenn ich da unten lang will, sind da oben zwei auf dem Sniper Rock. Gibt's gar nicht. Ich wollte eigentlich schnell unten an der Straße entlang, aber okay. Naja, das Gute ist, wahrscheinlich cleart schon jemand die Rogues für mich in der Zeit. Ah, come on, ey. Der ist aber auch hartnäckig, Mann. Der ist ja im fucking Ernst, ey. Der ist ja im fucking Ernst, ey. Äh, Snowman muss bloß sicher gehen, dass du halt im richtigen Bereich schießt. Und dass es nicht oben gegen die Regenrinne geht oder so. Die grüne Kugel muss oben in der Luft sein. Ganz wichtig. Okay. Alter, er hat mich auch gesehen? Weiß nicht, ob ich den hab, ey. Junge, der hat aber auch den Durchblick, ey. Richtige Nervensäge. Ich will keinen Scheiß-Sniper-Duell mit dem. Was will ich jetzt mit dem? Der ist scheiße, dass dein Mate tot ist, aber... Gute ihm, geh einfach. Demo gehen, servus. Kann sein, dass ich ihn hab mit dem einen Schuss. Aber keine Ahnung. Hey, Solki, servus. Ich würde mich das nicht trauen, von da oben noch die ganze Zeit so zu pieken. Der Mox. Ganz ehrlich. Würde ich mich nicht trauen. Ich würde da sofort runter gehen. Nie wieder von da oben pieken. P-X. Du musst weiter runter. Ja, wenn du beim alten Spot schießt, du musst darauf achten. Die haben Klimaw-Street verlegt. Das ist normal, ne? Um die Ecke rum. Ich würde da oben. Ich würde da oben. Die wird dann einfach unter der Brenne. Ja, ich würde da oben. Ich würde da oben. Überraschung. Wenn du da oben bist, dann wirst du da oben. Ja, ich würde da oben. Ja, ich würde da oben. Getting acquainted? Machen wir gerade. Ich suche gerade den Flash Drive, beziehungsweise ich muss erst mal ins Rokey-Beat. Ich habe schon alle Spawns vergessen. Das ist übel. Hast du das Heineck gehört? Ich glaube, manchen Leuten ist nicht bewusst, wann sie Geräusche machen. Das ist übel. Okay. Da ist ein Kumpel abgeschossen. Ich glaube, der hat gerade sein Kumpel abgeschossen. Da unten ist er rumgeraden. Da ist noch einer. Oha. Das habe ich gesehen, ja. Sieht richtig gut aus, finde ich. Was ist mit euch? Check ich nicht. Das ist mit einem offenen Feld rumschleichen. Okay. Okay, die können mich da alle... Ich gehe auf keinen Fall runter. Keine Ahnung, ob da jetzt noch einer hockt. Ich gehe jetzt erstmal irgendwo Amo machen und dann gehen wir ins Rogue-Gebiet. Das ist der Plan. Ey, so viele PMCs wie hier rumlaufen, kann bei den Rogues eigentlich doch nicht viel sein. Hey, Kostinia, Servus. Ganz schön party, allerdings, ey. Am Ende reicht es, wenn einer dort aufräumt, das ist wohl richtig. Ich gehe jetzt mal aufräumt. Das war nett. Da hat er mich wohl nicht gehört. Ich muss hier weg, ey. Ich muss darüber den scheiß Flash Drive suchen, weil... Jetzt ist Gav Player Party. ... ... ... Da ist immer noch einer da hinten mit so einer SVD. So, 25 Minuten haben wir noch. Mindestens 5 Kills später kommen wir in die Nähe vom Rogue-Gebiet. So, 25 Minuten haben wir in die Nähe vom Rogue-Gebiet. Oh man, eh. Okay. Hmm. Fuck. Fuck. Ist tot. Der hockt noch. Oder? Werde gleich gelasert ey. Ja. Ja. Remotant. Remotant. Biscuit, Dankeschön für die 1,28 Monate. Willkommen zu Gnabo verletzt. Danke für den Support, weiß ich wirklich zu schätzen. Wie geht's? Servus. Danke für den Beitrag zum Partner Plus auch. Oh man. Hier ist mir eindeutig noch zu wenig tot ey. Ich weiß gar nicht, was ich da erledigt habe. War das ein Rogue? Bleib stehen. Oh ey. Geht's super? Ah, das freut mich zu hören. Bei mir ist alles gut. Der da oben wird noch ein Problem. Oh boy. Ah, das ist ein Schiff. Habt ihr die rote Jacke gesehen? Das ist ein Schiff. Hm. Hm. Da in dem Turm kann's sein. Oh man ey. Ganz gerne so wie es aussieht, oder? Boah, Ausdauer. Ich glaub das ist ein Schiff. Okay. Wir gehen mal. Bewegung. Be prepared to get lasered. Hier ist er nicht. Ich glaub der hätte da spawnen können. Ich hab schon, ich hab auf gar keinen Fall die Spawns im Kopf. Äh. Das ist das nächste. Da oben drauf irgendwie. Da hinten drin im Zelt. Hier. Da hinten auch was. Was? Das hab ich auf keinen Fall. Da hinten, komm mal rein, okay. Oh man. Wäre so nice, wenn wir den jetzt einfach direkt finden hier irgendwie. Hier oben drauf kann er auf jeden Fall spawnen. Oh, ich hab bloß keine Ahnung wo. Hier? Hier? Ich hoffe, hier sieht mich jetzt keiner. Ah, hier, okay. Hier, glaub ich. Halt da unten in dem Zelt. Muss ich auch kurz schauen. Was suche ich? Den Flash drive in Lightkeeper. Richtig nervig. Stand, okay. Hier am Funkgerät, okay. Kleinen Barack hier, okay. Schauen wir uns als nächstes hin. Oh, wir sind keine Minen. Ich war hier in dieses Klärbecken, bin ich noch nie reingerannt. Hier könnt ihr spawnen. Da ist er nicht. Hier muss irgendwo noch eine kleine Scheck sein. Hier, ja. Hier könnt ihr irgendwie spawnen. Oder hier, ich bin mir nicht sicher. Okay, ist auf jeden Fall sicher. Wir schauen nochmal kurz nach. Eieiei, ein Stress hier. Das ist drin, okay. Müssen wir jetzt oben in das Gebäude. Hey, swipe, servus. Hier in das Gebäude müssen wir. Da war es die Scheck hier. Wir checken die hier auch mal sicherheitshalber. Oh, ne, hier geht es nicht rein, okay. 17 Minuten. Das ist halt alles ruhig. Das ist die Sache. Oh, er hat immer die Tür zugemacht. Das hier ist ein Scaff Player zum... Oh, oh. Ich bin in der Nähe. Nicht mehr. Gleichfalls. Oh, he's hit. Wo ist der Sack? Oben am Dach? Richtig Action, ja. Der ist oben am Dach. Ich bin den Commander Bortus. Dankeschön für den Tier 3. Danke fürs halbe Jahr. Willkommen zur Genaubefalle. Danke für den Support. Ihr könnt das spawnen. Und danke für den Beitrag zum Partner Plus Grind mit 6 Punkten. Ich weiß nicht zu schätzen. Geht's aus. Oh mein Gott, ey. Ein Kampf hier. Aber ja, danke für den fetten Tier 3 Support. Kann ich bloß immer wieder betonen. Nun. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Eine Granate, okay. Okay, so. Ja, ja. Oh mein Gott, ja. Was ist das denn? Der hat von Grandpa kassiert. Ich muss kurz mal hier schauen, wo das sein kann. Bitte sei einfach da. Nein, okay. Okay. Okay, dann gehen wir weiter. Auf dem Wiki ist das gestaffelt, wo man langlaufen soll. Problem ist halt der Typ da oben immer noch, ey. Ich glaube nicht, dass der mich in Ruhe lassen wird, wenn ich jetzt da rüber laufe. Obwohl, ich bin da gerade schon rumgelaufen. Nervig, der Typ. Ich brauche Granaten. Ich habe schon Granaten. Die Bums wollte ich dafür wieder haben. All right. All right. Verder Stress, was der noch da oben ist. Hier unten drin irgendwie. Hier habe ich ihn das letzte Mal gefunden, das weiß ich noch. Mal sehen, wo kann er hier sein? Da, okay. Einmal hier unten auf den Tisch. Dann hier rüber. Okay. Hier unten auf den Tisch. Okay. Tisch, 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 Tisch. Ah. Auch nicht. Jetzt muss ich hier drüben rein. Den Flash-Royer für die Lightkeeper-Quest. Getting Acquainted. Wie die Quest heißt. Obwohl. Ich habe ihn gebaut auf jeden Fall. Ja, lächerlich, Mann. Hey, Tim, wie geht's? Servus. Ja, einmal hier unten drin. Okay. Na, bin ich hier richtig? Moment. Bin hier, glaube ich, falsch. Sieht hier anders aus. What the fuck? Ich muss irgendwo. Da geht's rein? Vielleicht den Key nicht. GG. Dann hier oben. Hier. Hier. Auch nicht. Ich hasse diesen Flash-Drive, ey. Acht Minuten noch. Ähm. Ja, da braucht man Warte. Okay, Warte. Warte, Warte. Warte, Warte, Warte. Storage, okay. On the desk, where's the office? Okay. Hm. Es ist hart, es ist hart, es ist hart, es ist hart, servus. Schlecht ist es nicht. Hier kann er spawnen irgendwie auf dem Desk. Sieht nicht so aus. Okay, wir machen noch die zwei. Einmal Zelt und einmal Stuhl. Dann geh mal raus hier. Und Fels, wie geht's? Das Zelt hätten sie mal auch anders auflisten können, ey. Hier hätte er spawnen können, ey. Oh man. Es sind 20 Spawns, ey. Es ist so hart. Hier könnte er spawnen. Scheiße. Den Spawn noch kaum. Sechs Minuten. Ich hab den Northern Checkpoint. Das heißt, ich brauch da maximal drei Minuten hin. Die Sache ist, jetzt ist die Map leer. Wenn ich nächste Runde wieder gehe, muss ich alles von neuem clearn. Was ist das hier? Äh, fuck. Ah, da ist er. Da ist er. Ich hab ihn. Let's go. Lauf, 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 lauf. Die Runde sind Minen. Ei, 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 ei. Zehn Milliarden Spawns abgelaufen. Der wievielte war das? Der zwölfte, dreizehnte Spawn, den ich ablauf? Er spawnt halt immer an einer der Locations. Er ist tatsächlich eine gewisse Spannung drin. Das ist fair, das war ein Player's Gap. Ein paar nette One-Taps hab ich die Runde aufverteilt. So ist es nicht. War übrigens First Try. War der erste Raid, den ich für Getting Acquinted oder für die Quest-Size gemacht hab. Direkt mit dem schlechtesten Spawn und ich hab ihn. Wundervoll. Wundervoll. Ah, Leute, mach mal. Oh, hallo, YouTube-Bip-Chat. War zwar ein langer Raid, aber trotzdem. Den könnt ihr mal verwenden, ne? Macht mal hallo, YouTube-Chat, verewigt euch. Richtig gut. Gerade noch dann zum Schluss bei 5 Minuten gefunden. Perfekt. Perfekt. Der Spannungsbogen wurde gehalten. Wurde gehalten. Schauen wir mal, wie viele Kills ich gemacht hab. Ich glaube, 5 oder 6, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joa. 6 Kills. Mal kurz nebenbei. Und den Flash Drive gelootet. Es hätte schlimmer kommen können. Es hätte schlimmer kommen können. Gruß hat den Spotix, ja. So, mal sehen. Wir geben die Quest doch ab. Hab ein paar One-Taps verteilt. Moin Sven. Schön, dich zu sehen. Mal sehen. Die Quest geben wir noch ab. Mach jetzt hier nicht ewig, ewig laden. Jetzt kann ich das Ding dann, äh, craften, glaube ich. Na? Trading. Mechanik. Nimm die Quest. Nein. Ja. Ah, ich muss den erst reflashen. Ah, okay, okay, okay. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back. To see you again. See you again. Been fighting ways. To get away. To see you again. See you again.